Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Ich möchte Ihnen heute das Sachbuch bei den Bienen von Anne Möller vorstellen, das 2016 bei Fischermeyers Kinderbuch erschienen ist. Es umfasst 18 Seiten als Pappbilderbuch und kostet 4,99 Euro. Bei diesem Buch geht es als Kindersachbuch darum, wie Bienen leben. Und zwar geht Anne Möller ganz klassisch von dem Großen zum Kleinen. Also man sieht hier die Beuten auf der Wiese stehen. Es blüht alles. Da zeigt sie, wie die Bienen Nektar und Pollen sammeln und warum sie das tun. Und geht dann weiter in den Bienenstock hinein. Wie ist der Bienenstock aufgebaut? Welche Bienen haben welche Aufgabe? Wie leben die Bienen darin? Und das alles zeigt sie hier wunderbar in gut formulierten Texten, die kindgerecht sind, aber auch nicht irgendwie oberflächlich, sondern einen guten Anspruch haben. Und mit den sehr realistischen Darstellungen, die fast schon einen dokumentativen Charakter haben. Das Buch erfasst ganz viele Informationen. Die Kinder haben am Ende tatsächlich einen großen Wissenschatz über das Leben der Bienen. Da hat sie ganze Arbeit geleistet. Auch die Bilder sind ganz ansprechend gestaltet. Alles ist ganz genau gezeichnet. Ja, wie gesagt, fast dokumentatorisch. Es ist ein wunderbares Bildersachbuch für Kinder. Ab drei Jahre und deswegen vergebe ich 5 von 5 Sternen und empfehle es sehr gerne weiter. Auch der Preis ist unschlagbar günstig. Ja, meine Empfehlung für dieses Buch. Bis zum nächsten Mal. Ihre Wenke Bönig. Ja, meine Empfehlung. Untertitelung des ZDF, 2020